Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of Mind & Magic 7. Wir sind mit Nekropolis unterwegs und haben uns letzte Folge ein bisschen reingefunden im Spiel. Ich habe bisher nur ein bisschen reingeschnüffelt und ja, ich denke aber es wird besser. Wir bauen jetzt hier das Rathaus, da wir dadurch nochmal 500 Gold pro Tag zusätzlich kriegen. Wir haben ja nur noch 2750 und das sollten wir auch tun. Jetzt sind es sogar nur noch 750. Wunderbar. Unsere Laufburschen hier, die alte Chana, die muss hier ein wenig das Holz einsammeln und ja, den ganzen Mist aufheben, die unsere gute Lucrezia liegen lässt. Jetzt, gut, hier haben wir noch ein bisschen näher ran zoomen, war ja ein bisschen sehr nah. Stein der Erleuchtung, haben aber keinen Level abbekommen, da wir anscheinend, was ist das hier? Achso, ne, wir wollen benachrichtigt werden, das ist schon in Ordnung. Ja, da wir anscheinend noch ein bisschen mehr XP brauchen. Hier haben wir ein bisschen Holz zu liegen, hätten wir eigentlich mit unserer Laufbursche machen können. Aber jetzt ist es halt so. Ja, hier sind irgendwie nur Gegner unterwegs, die entweder tödlich oder mäßig. Was haben wir hier? Was bist du? Ja, glaub nicht, dass wir das packen. Aber hier haben wir noch eine Schatztruhe. Die sollten wir doch direkt mal angehen. Und nochmal die 500 EP nehmen. Und leider immer noch keine, kein Level ab. Sieht man das hier irgendwo eigentlich nicht wirklich, ne? Na gut, was haben wir hier? Eine Garnision, Gefahr groß. Na, mein lieber Gesangsverein, was ist denn da drin? Ei, ei, ei. Das sind ein paar Leute aus der Zuflucht hier, genau wie hier. Das war es eigentlich schon. Wir sind hier ein bisschen gefangen, oder? Oder schreit mal da hin? Hm. Sieht ja nicht so rosig hier aus. Hier haben wir ja Drachenstahl. Und an die Kiste kommt man nicht ran, weil hier haben wir eine tödliche Armee. Nun gut. Schatztruhe, die können wir mit Ehe noch abgrasen. Sonst war es das hier eigentlich fürs Erste. Okay, was haben wir hier noch drin? Wahrscheinlich auch Gefahr tödlich. Gefahr tödlich. Okay, also ein wenig gefangen. Mit der müssen wir eh mal nach Hause, um ein paar Zaubersprüche zu lernen. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Ja, das wird nicht so schnell gehen, hier rauszukommen. Wohl schon gerne die Stadt hier oben. Zweite Nekropolis-Stadt wäre schon nicht verkehrt. So, dann werden wir mal mit Lucrezia weiterziehen zur Schatztruhe und die mal öffnen. Wir hatten den 1.000 EP und endlich ein neuer Stufenaufstieg. Ein Traum ist das. Wir hatten ja weiter auf Nekromantie würde ich vorschlagen. Der Dunkelstall der Namataru, was auch immer das ist, trifft zusätzlich alle mit dem Ziel benachbarten Feindeinheiten. Alle Feindkreaturen erhalten minus 15 Moral in der Schlacht. Skelette und Skeletthorplinen fügen feindlichen Angriff in der Kampf 1 Schaden Erde pro Kreatur in der Nähe zu. Ja, ich denke wir werden viele Skelette haben. Daher wählen wir das jetzt einfach mal. Und danach nehmen wir auch mal den Manaentzug. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir das hier abschließen, komplett. Ob es denn da irgendwas bonusmäßig gibt. Ich stehe ziemlich auf Bonus. Da waren wir schon besucht, besucht. Hier unten ist noch eine Truhe, die werden wir noch abgreifen. Und dann sollte man im nächsten Schritt in unserer Stadt, da gehen wir jetzt mal rein. Shana hat die neuen Zaubersprüche gelernt. Und hier sollte man im nächsten Zuge jetzt mal was bauen, was uns neue Einheiten beschert. Hm, was haben wir denn hier? Die Marke geht denn nicht. Friedhof. Haben wir ein Skelett bei einer Vermehrung von 25 pro Woche. Turmruine sind Gespenster. Und das hier ist die Aufrüstung zu Gespenstern. Ich würde ja gerne die Vampirwelle bauen. Allerdings brauchen wir Baustufe 12. Und wir sind in Baustufe 5. 4. Da oben links steht es. Hier, Baustufe 4. Ne, das will ich alles hinterbrennen. Ähm, dauert also auch noch eine ganze Weile. Das hier bringt uns glaube ich nur Kriegsgeräte. Macht auch nicht viel Sinn. Daher müssen wir uns entscheiden zwischen Friedhof und die Turmruine. Und ich möchte gerne ein paar Gespenster haben. Kostet 10 Erz, 1000 Gold. Bauen wir. Ähm, Gespenstern. Ja, neue Kreaturen verfügbar. Die werden wir gleich mal kaufen. 15 Stück können wir. 3 sind über. Und was haben wir hier? Ach ja, neue Zaubersprüche. Okay. Gut, ähm. Habe ich die jetzt schon eingesackt? Ne, die sollen wir mir rein. Und die werden wir gleich übergeben. Das ist ja ihr Job. Und die 15 Gespenster mal hier rein tun. Wir haben übrigens keine Artefakte. Schade eigentlich. Und ich würde sagen, ja, da sind wir ja schon wieder fast durch. Den schicken wir nochmal rein. Und gehen mal in die nächste Runde. Wir sollten uns einen Schlachtplan überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und was wir als erstes versuchen zu befreien. Leider kann man nicht gucken, während wir laden. Während die Gegner dran sind. Wir wollen Kämpfe. Ne, die Armee war tödlich. Es gab doch eine Armee, wo es doch mal nicht ganz so schlimm aussah. Achso, mit ihr ist alles schlimm. Ja, logisch. Aber mit ihr hier mäßig. Was war das nochmal gewesen? Irgendwelche komischen Assassin-Kling-Zeugs. Gedönst. Man könnte jetzt überlegen, die 2000 Gold zu nehmen. Da wir mittlerweile ganz schön blank sind. Und das machen wir auch. Und wir gehen wieder in die Stadt. Ich finde das ein bisschen... Na gut. Wie lange brauchen wir hier? Baustufe 9. Man sieht es auch ganz gut. Ah, ich verstehe. 9, 12, 15. Okay, alles klar. Also können wir theoretisch alles in dieser zweiten Reihe mittlerweile bauen. Gut. Also Gold können wir nicht mehr bauen. Wir müssen also Einheiten bauen. Magergelde könnten wir... Was ist das hier? Ihr könnt nur eines bauen. Gesandtschaft. Mondlichtverstärker. Neutrale Armee. Glaube ist momentan noch nicht so wichtig. Hier könnten wir die Gespenster aufrüsten. Also erweitern. Aber meiner Meinung nach brauchen wir jetzt erstmal mehr Einheiten. Und deswegen werden wir jetzt auch Skelette kaufen, bauen. Und diese natürlich auch gleich wieder komplett anwärmen. Und auch die Gespenster... Die ziehen wir eigentlich wieder runter. Zack, zack. Und... Sie wird diese gleich übergeben. Und dann schauen wir mal... Das war vielleicht wirklich dieses... Ich weiß nicht, was für Viecher das sind. Das werden wir gleich sehen. Angreifen mit unserer guten Lucrezia. Lucrezia. Bescheiden. Okay. Na, das... Das hört sich doch mal nach... Wir schaffen das an. Und nicht nach Tod. Super. Schlacht beginnen. Gut. Es geht los. Ich musste kurz auf mein Handy schauen. Meine Freundin ist heute auf dem Geburtstag. Deswegen kann ich richtig schön aufnehmen. So. Spinne. Die Schlachtfelder sehen irgendwie immer gleich aus. Habe ich das Gefühl. Die Spinne spielt jetzt in diesem Fall eine zweite Rolle. Mit einer Spinne können wir nicht viel anfangen. Wir sollten uns auf diese drei Einheiten konzentrieren. Und schlagen nochmal zu. Gucken wir uns nochmal an, was dieser komische Kling-Typ da so alles drauf hat. Ja, jetzt geht's. Deutschstoß. Der Schadensbonus für die ideales Mäuschen wird bei dieser Kreatur um 50% gesteigert. Okay, und sonst nichts. Alles klar. Dann lassen wir doch mal die guten 100 rankommen. Okay, mit der Spinne könnten wir jetzt angreifen. Machen wir auch. Aus vorhin im Grund. Wir haben nur eine Spinne. Er wird jetzt zurückschlagen. Sie wird sterben. Aber jetzt ist die Gegenwehr auf Null. Und nun können wir schön von hinten das ganze Zeug hier platt machen. Wir sollten vorher natürlich nochmal zaubern. Das habe ich mal wieder vergessen. Lebt sich unser Mana eigentlich auf? Ja. Vier Mana haben wir jetzt schon dazu bekommen. Seit dem letzten Mal. Und wir werden natürlich den Feuerstrahl benutzen. Und sie ein wenig brennen lassen. Und auch mit unserem Vampir greifen wir natürlich an. Und saugen uns ein wenig voll. Jetzt könnte es natürlich ein wenig kritisch werden. Wir schießen nochmal den Feuerstrahl. Und gehen nochmal eins essen. Fünf sind gestorben. Mit dem Vampir von hinten. Und jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass er unseren Vampir angreift. Na ja, er greift er zurück an. Ah, jetzt greift er nochmal an und er stirbt. Das war dumm. Naja. Mein einzigen Vampir verloren. Okay, aber wir haben noch 54 Gespenster und 42 Skelett-Krieger. Damit lässt sich doch was machen. Eie, was? Ja. Okay, sehr verlustrecht gewesen. Wir haben diesmal zwei Skelette, eine Spinne und unseren Vampir verloren. Allerdings mal wieder ein Stufenaufstieg. Und jetzt bin ich gespannt. Acht Skelett-Hoplet. Der kann Fernkampf, kann das sein? Ne, kann keinen Fernkampf. Auch Nahkampf. Früher waren die doch, ähm, meiner Meinung nach, Fernkämpfer. Bei Heroes 3 zumindest. Und dann haben wir ja auch noch mal ein paar Mal ausgedrückt. Ja, wir haben ja gesagt, wir versuchen das mal aus, wenn vernichtet wurde und wir können auch Mana gut gebrauchen im Kampf und haben jetzt hier nichts weiter dazu bekommen, obwohl wir das komplett abgeschlossen haben. Schade eigentlich. Gut. Okay, jetzt sind wahrscheinlich alle wieder, was auch beschein. Was haben wir hier? Oh Mann, Mann, Mann. Sollen wir uns da ranmachen? Was ist das hier eigentlich? Ein Lagerhaus. Ah, da gehen wir doch mal mit unseren, mit der Shana rein. Und wir werden das mal hier abgrasen. Wir bekommen vier Erz. Das ist gut. Dann müssen wir jede Woche einmal vorbeiziehen und das abgrasen. Wir machen es einfach. Oder auch nicht. Gebaut haben wir? Ja, haben wir. Okay, alles klar. Nächste Runde. Neue Runde. Neues Glück. Kommen Sie ran. An den Tisch. Was ist denn jetzt für eine Musik hier? Jetzt werden wir mir so Zeichentrigger hier. Gut. Wir sind dran. Shana wird nach Hause gehen. Nach daheim. Und wir werden hier wieder etwas bauen. Wir haben noch 2.150 Gold und noch ein bisschen an Baumaterialien. Was haben wir hier? Chor der Verzweiflung. Aschers Stundenglas. Besucher vermindern in der nächsten drei Schlachten die Moral von Feindkreaturen um 10. Feindliche Helden bewegen sich im Einflussbereich dieser Stadt über Land 20% langsamer und Initiative und Zugweite aller Feindkreaturen sind vermindert. Gut. Gut. Wir haben keine Gegner in der Nähe. Macht also nicht viel Sinn. Den Marktplatz hätten wir noch. Befestigung brauchen wir auch noch nicht. Ähm. Da bleibt da eigentlich fast nur noch das Namtaru-Nest. Was wir bauen können ist auch nicht so teuer. Kostet nur 1.005 Erz. Das werden wir doch mal bauen. Und so langsam kommen wir auch in die nächste Stufe. Ne. 6 können wir. Können wir schon 6 bauen? Baustufe 7 sind wir schon. Ja. Neues Kriegsgerät. Ah ja. Okay. Was ist das? Aha. Das können wir jetzt hier kaufen. Verstehe ich nicht. Gut. Wir haben so wenig Gold, um das kaufen zu können. Wird eh erst später relevant, wenn wir wirklich dann angreifen gegen Computergegner. Aber wir sind noch gar nicht fertig mit dem Zug. Ich hatte überlegt, ob wir hier angreifen. Wir haben nicht mehr viel Einheiten. Aber wir werden das trotzdem tun. Wir müssen ja weiterkommen. Bringt nichts blöd rumzuwarten. Wir müssen Krieg führen. Okay. Was bist du denn für ein Kollege hier? Du siehst ja gar nicht schlecht aus. Ja. Wir lassen mal, glaube ich, schön gefächert. Das sind auch alles Nahkämpfer. Sie müssen also kommen. Aber diese kennen wir schon, meiner Meinung nach. Das sind doch die hier. Die Furie. Genau. Die können wieder zurückfliegen. Ja. Die kennt man aus Teil 3 schon. Und die kennen wir auch schon. Das war doch genau. Benachbarte verbindet. Absorbiert. Schaden. Also als erstes natürlich wieder einmal ein Angriff. Allerdings würde ich gerne diesmal ein bisschen warten und hoffen, dass die vielleicht nebeneinander laufen. Und wir warten einfach erstmal. Zählt dieser Zauberspruch jetzt schon? Ne, nur für einen, ne? Schade. Dann werden wir trotzdem erstmal ein Feuerstrahl nehmen. Und was ist uns jetzt lieber als erstes zu killen? Die hier oben oder die hier unten? Die können immer wieder zurückfliegen. Sprich, wir kriegen keinen Gegenschlag von uns. Deswegen sollten wir uns um die als erstes kümmern. Und wir werden auch als erstes mit den 8 angreifen. Wo mir lieber gewesen wäre, wenn die 40 als erstes dran gewesen wären. Da wir dadurch vorher schon mal ein paar mehr gekillt hätten, somit hätten die weniger Schaden ausgeteilt. Und hier können wir meucheln. Die Gespenster sind schon nicht verkehrt. Eingespenst verloren. Ja, das ist doch... Damit können wir noch leben. Derjenige... Ich weiß gar nicht, ob er jetzt einen zurückbekommt von uns. Ne. 15 bis 18. Das ist gut. Das machen wir. Und weg. Schön. Wir zaubern können. Mal wieder verplant. Oh. Sehr schön. Unseren geliebten Feuerstrahl. Obwohl, wir sparen Mana. Wir greifen nur so an. Denn... Ich gehe mal stark davon aus, dass die 40 fast reichen. Naja, nicht ganz. Aber die Gespenster sind ja vor dem dran. Und somit nicht mal ein Gespenst verloren. Weil das ist doch... Das ist doch gut. Hier, du brauchst gar nicht mehr angreifen. Jetzt werden wir den Gespenstern... ...den Rest erledigen. Wunderbar. Die nächste Schlacht wurde gewonnen. Wir haben 1486 EP erhalten. Gut. 4 Gespenster, 7 Skelett-Hoplin verloren. Und kriegen aber 8 wieder zurück. Also haben wir plus 1 gemacht. Was die Skelett-Hoplin betrifft. Und wir haben wieder 2 Truhen am Start. Die wir natürlich einsammeln werden. Ähm... Frage Gold, EP. Wir werden weiter EP sammeln. Beziehungsweise hier werden wir das Gold wählen. Da wir EP auch gut durch Schlachten bekommen. Und je mehr wir bauen in der Stadt neue Einheiten. Desto mehr Schlachten können wir auch schlagen. Und desto mehr EP bekommen wir. Aber hier sind wir schon fertig, die Runde. Und wir gehen in die nächste Runde. Also es macht jetzt Spaß. Wie gesagt, ich hab's ja einmal angespielt gehabt am Anfang. Und die Bugs haben einfach nur genervt. Das haben sie echt gut in den Griff bekommen. Und es kommt schon die Stimmung von Heroes 3 auf. Muss man ehrlich sagen. Für mich zwar immer noch ein bisschen verloren. Weil ich die ganzen Einheiten nicht kenne. Also nicht ganzen. Aber einige Einheiten sind ja doch anders und neu. Als in dem alten Teil. Aber ich denke, das ist eine Frage der Gewohnheit. Und man kommt da auch ganz schnell rein. Bin ich fest von überzeugt. So und ich quatsche hier und es geht schon längst weiter. Ja, ein Traum. Gut, Necropolis kann wieder was bauen. Das sollten wir auch ganz schleunig tun. Was ist ein Drachenblut? Ja, er bringt ein Drachenblutkristall pro Tag. Dann werden wir uns mal die geliebten Spinnen, die ich jetzt noch nicht so gut fand. Opferalter. Nee. Magiergilde, Stadtportal. Klebriges Netz. Vampirvilla. Müssen wir eigentlich nur warten, bis wir auf Baustufe 12 sind. Und wir brauchen 10 solche Drachenblutkristalle. Das. Was habe ich? Wo habe ich das gerade gelesen gehabt? Opferalter. Stadtportal. Wo habe ich das gerade gelesen? Bin ich jetzt bekloppt? Ach hier. Er bringt ein Drachenblutkristall. Um die Vampire bauen zu können dann. Brauchen wir 10 Drachenblutkristall. Ich muss mal ganz kurz rausgehen. Haben wir denn hier eine Mine oder irgendwas? Nee, wir haben nicht mal eine Drachenblutkristallmine. Also heißt das für mich, dass wir eigentlich gar nicht die Vampire bauen können, solange wir kein Drachenblutkristall haben. Es liegt auch kein Drachenblutkristall mehr rum. Also machen wir folgendes. Wir werden dieses Drachenblutlaboratorium bauen. Kostet zwar 3000 und zwei Drachenblutkristall. Aber das gewährt uns, dass wir denn in neuen Runden theoretisch, wenn wir Gold und Erz und alles haben, uns die Vampirvilla kaufen können, bauen können. Ja, nächste Runde, nächste Woche gibt es eh neue Einheiten. Könnten wir uns eh nicht leisten. Von daher war das, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Gut, das war es auch diese Folge schon wieder. Ich denke, nächste Folge schauen wir mal, dass wir hier weiter ein bisschen was platt machen. Hier haben wir eine neutrale Armee. Oh, hier haben wir auch eine kleine, geringe Armee. Was ist das? Sind aus wie Golems oder so? Ja, ich weiß es nicht. Die haben schon einige neue Einheiten reingepackt. Man sieht es schon. Aber hier haben wir auch ernst. Ja, und bis wir hier durchkommen, ist das, glaube ich, noch ein langer Weg. Obwohl, so schlimm sieht es jetzt auch nicht mehr aus. Wenn wir schön ein paar neue Einheiten haben, kommen wir hier bestimmt auch gut durch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.